ja hallo herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer game collector es gibt heute mal wieder ein media book unboxing und es ist endlich soweit die reihe ist jetzt endlich komplett es hat viele jahre gedauert bis jetzt auch endlich teil zwei im media book erschienen ist und zwar ich spreche von der kultur rei maniac cop dem zombie cop wo wir ja 2015 den ersten teil erstmals auf blu-ray uncut bekommen haben und dann ein jahr später maniac cop 3 und jetzt das jahr 2023 maniac cop 2 die ersten zumindest der erste und der dritte teil war noch von nsm records und der zweite der ist dann von einem schweizer publisher werden wir dann gleich uns angucken wir gucken uns aber erst einmal die anderen beiden media books an zu teil 1 und teil 3 und dann gehen wir zu teil 2 über also weil ich habe mir gedacht da stelle ich euch auf jeden fall mal alle teile vor das heißt wir haben hier ein vorstellungsvideo und ein unboxing so wir haben jetzt hier den ersten teil im dreier disk set bonus material dabei auf einer sonder dvd und natürlich die dvd und die blu-ray so das ist der erste teil ich habe mich für dieses cover entschieden das war das dvd cover und natürlich auch das vhs cover motiv ich habe jetzt hier cover b ich weiß gar nicht wie viele cover es damals gegeben hat ich glaube drei stück bin mir gar nicht mehr so sicher technische informationen die können wir uns mal angucken jetzt muss mal gucken wann die veröffentlicht worden ist genau 2015 ist diese veröffentlichung gekommen von william lustig der diesen film inszeniert hat genau so der film wir haben hier die blu-ray ich werde mir natürlich alle teile jetzt demnächst wieder angucken da haben wir natürlich wieder einen innen druck der dann übergeht das gucken uns gleich an nsm hat damals schon ja gute media books gemacht qualität hat ja in den letzten jahren ein bisschen nachgelassen wir haben hier ein beklebtes booklet wir haben hier sehr viel lesestoff getackertes media book habe mich sowieso gewundert dass es da noch nie ein remake gegeben hat dann haben wir hier den maniac cop dann hätten wir hier die bonus dvd und dann hätten wir hier die normale dvd das sind wieder diese typischen nasen die bei vielen für magenschmerzen verursachen aber man weiß ja mittlerweile wie man sie auf bekommt ohne dass sie abbrechen und hier haben wir dann ein ja sieht man jetzt ein bisschen schlecht spielt hat jetzt extrem die szene aus dem film das media book hat damals zu seiner zeit glaube ich 29 99 kostet die preise die waren eigentlich immer gleich aber jetzt sind ja die media books mittlerweile teurer geworden ihr seht es geht ziemlich einfach rein also kein großes problem gesagt freue mich darauf den film wieder zu gucken das war jetzt teil eins legen wir mal zur seite und jetzt kommen wir zu teil zwei ich habe mich jetzt hier für kvd entschieden steht hier übrigens an der seite focus media aus der schweiz ist der publisher multimedia ullrich noch nie was davon gehört wir haben wir den film erstmals in 4k auf 1200 stück limitiert ich habe die nummer 768 insgesamt glaube ich gibt es vier motive das ganze beim medien versand at bestellt den link packe ich euch auf jeden fall in die infobox 23 november ist er veröffentlicht worden haben eigentlich ziemlich pünktlich bekommen am release day bin mega gespannt was da auf mich zukommt ich habe bewusst noch keine unboxings angeguckt wenn es überhaupt schon welche auf youtube gibt wie gesagt dieses cover hat mir am besten gefallen der setzt direkt da vor ort wo der erste teil aufgehört hat ok dann haben wir hier die 4k scheibe das ist übrigens auch ein cover motiv wenn man robert davy abgebildet der ja auch mitspielt ok das ist die 4k geht auch mal auch ein richtig geilen innendruck also das media book schaut jetzt von der verarbeitung her schon mal richtig klasse aus doch die seiten sind sehr hochwertig sehr viel lese stoff ist angelehnt und hier so klassiker wie m oder french connection genau da haben wir hier den darsteller genau das ist der robert die sa so nennt sich der der hatte man ja kopf dreimal gespielt hat auch schon den tango und cash mit gespielt ja hier maniac mit dem killer nicht zu verwechseln ja ich muss sagen sehr viel lesestoff großer text gespickt mit bildern das kann man machen das weiß ich gar nicht ist das getackert oder ist das gebunden das media book so hier haben wir ein paar motive ja es ist gebunden sieht man hier so wir haben hier die blu-ray das sind jetzt glaube ich die anderen motive ich glaube es gibt aber trotzdem vier stück und hier haben wir einen vernünftigen trainer nimmt sie einfach so heraus immer die blu-ray und dann haben wir hier die dvd jetzt zwar nicht gebraucht aber gut kann man machen gut die haben jetzt hier das so gemacht zwei gleiche motive können wir mal umdrehen nehmen wir mal die disk schnell zur seite ok ist ein bisschen anders da haben wir hier den maniac ob einzel abgebildet und hier hat den polizisten also mit gespielt von robert davy ja ich bin auf jeden fall auf die 4k scheibe gespannt wie da die bildqualität ist bloß die disk haben ein paar finger abdrücke ist mir gerade aufgefallen beziehungsweise die sind von mir gekommen ok sind schon wieder weg ja und für sich ein sehr schickes media book also von der verarbeitung her muss man sagen ist das schon top hier gebunden ja kann man machen hat jetzt glaube ich 32,90 gekostet ist preislich noch einigermaßen in ordnung weil wir haben wir trotzdem hier viel an bord was die formate betrifft so dann legen wir das auch mal zur seite jetzt kommen wir zu teil 3 den stelle ich euch vor der ist dann von 93 der erste ist von 87 der zweite von 1990 und der ist von 93 das heißt in abständen von circa drei jahren ist da immer wieder ein teil gekommen so da habe ich mich für cover a entschieden das ist auch wieder das vrs motiv der ist 2016 erschienen im media book und natürlich spielt jetzt hier robert david die hauptrolle zweiten teil spielte mehr so eine nebenrolle bruce campbell spielt im ersten teil übrigens die hauptrolle zweiten teil spielte nur kurz mit so wir haben hier juristisch geprüft aber ich weiß gar nicht ob der film noch auf dem in text steht da bin ich jetzt nicht sicher das ist die blu-ray nehmen mal die disk zur seite also hier haben wir zum beispiel mal sehr wenig lesestoff hier haben wir wieder ein bisschen mehr seiten sind hochwertig der druck ist gut genau ich habe ihn damals zu meiner zeit damals aus der videothek und wieder ausgeliehen auf vrs kassette die anderen teile haben ja zumindest wieder eine neuauflage bekommen deswegen habe ich damals den ersten teil auch zum ersten mal gesehen wenn sich sogar von einem kumpel war der den damals auf vrs gehabt hat bei denen sein onkel hat damals die kassetten aus der videothek kopiert damals noch keinen starken kopierschutz das hat man damals gemacht dann haben wir hier die dvd damals von starlight glaube ich erstmals auf dvd veröffentlicht wurden also nicht wundern da ist jetzt nichts gebrochen das hat sich nur so brutal angehört genau das ist ja auch hier ein cover motiv gewesen ja und hier haben halt dann eigentlich bloß eine szene wo irgendein bus brennt ja auch ein bisschen einfallslos wenn ich mal ehrlich bin ja ist jetzt nicht so der burner keine angst der trace nicht gebrochen hat sich schlimmer angehört wie es ist alles in ordnung so ja ich bin auf jeden fall mega auf die reihe gespannt besonders sehr auf teil zwei wie die bildqualität geworden ist und teil 1 natürlich der absolute klassiker habe ich sowieso ein bisschen gewundert dass da noch keine neue veröffentlichungen gekommen sind oder zumindest mal ein remake das habe ich sowieso gewundert so schieben ist also seite dass man es schön im bild haben die media box das sind heute jetzt glaube ich die verweismotive gewesen ich glaube bei teil 2 auch jetzt seid ihr gefragt kennt ihr die reihe gefällt sie euch habt ihr sie auch in der sammlung würde mich blendend interessieren und habt ihr schon teil 2 zu hause welches cover ist euer favorit schreibt es auf jeden fall in die kommentare das video ist ein bisschen länger geworden geht jetzt fast 11 minuten aber egal ich wollte sie euch alle drei vorstellen wie gesagt lasst ein feedback da würde mich interessieren dann sind wir mit dem video durch vorstellung und unboxing in einem wenn es euch gefallen hat also wenn es euch gefallen hat lasst ein like da ein abo nicht vergessen die glocke zu aktivieren und wir hören und sehen uns zum nächsten video macht's gut ciao